Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 399 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir sind fast da. Das Feriengebiet liegt rechts hinter dem Hügel. Wir sind fast da. Das Feriengebiet liegt rechts hinter dem Hügel. Wir konnten das Haus bereits nach wenigen Tagen zu einem guten Preis verkaufen. Wir konnten das Haus bereits nach wenigen Tagen zu einem guten Preis verkaufen. Anna trinkt mit ihrer Freundin Sekt am Beckenrand. Anna trinkt mit ihrer Freundin Sekt am Beckenrand. Anna trinkt mit ihrer Freundin Sekt am Beckenrand. Die Freunde trinken Bier und essen Chips, während sie sich ein Fußballspiel ansehen. Die Freunde trinken Bier und essen Chips, während sie sich ein Fußballspiel ansehen. Auf den Rücksitzen des Autos ist es ruhig geworden. Die Kinder schlafen. Auf den Rücksitzen des Autos ist es ruhig geworden. Auf den Rücksitzen des Autos ist es ruhig geworden. Die Kinder schlafen. Wir arbeiten in einem Großraumbüro zusammen und verstehen uns gut. Wir arbeiten in einem Großraumbüro zusammen und verstehen uns gut. Das heutige Treffen mit meinem Chef ist wichtig, also muss ich einen guten Eindruck machen. Ich zähle mein Geld, weil ich nicht weiß, ob es für den Kauf reichen wird. Ich zähle mein Geld, weil ich nicht weiß, ob es für den Kauf reichen wird. Mein Frühstück beginnt heute mit einem Spiegelei. Dazu gibt es gedünstetes Gemüse. Mein Frühstück beginnt heute mit einem Spiegelei. Dazu gibt es gedünstetes Gemüse. Dazu gibt es gedünstetes Gemüse. Wir warten auf den Beginn der Telefonkonferenz, die sich um einige Minuten verzögert. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich könnte vor Freude in die Luft springen. Ich könnte vor Freude in die Luft springen. Du kannst das Papier mit einer Büroklammer zusammenhalten. Du kannst das Papier mit einer Büroklammer zusammenhalten. Ich bin auf einem Schloss in Bayern aufgewachsen. Ich bin auf einem Schloss in Bayern aufgewachsen. Hast du heute Abend Zeit? Ich lade dich zu meiner Party ein. Ich bin gestern gestürzt. Mein Knie tut weh. Bist du jetzt fertig? Ich muss zuerst meine E-Mails checken. Bist du jetzt fertig? Ich muss zuerst meine E-Mails checken. Kommst du mit? Der Autor liest aus seinem neuen Buch. Kommst du mit? Der Autor liest aus seinem neuen Buch. In unserer Familie gab es immer Kaninchen als Haustiere. In unserer Familie gab es immer Kaninchen als Haustiere. Die Katze hält ein Sieb mit Zucker in ihren Pfoten. Die Katze hält ein Sieb mit Zucker in ihren Pfoten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Katze hält ein Sieb mit Zucker in ihren Pfoten. Die Katze hält ein Sieb mit Zucker in ihren Pfoten. Die Katze hält ein Sieb mit Zucker in ihren Pfoten. Die Katze hält ein Sieb mit Zucker in ihren Pfoten. Die Katze hält ein Sieb mit Zucker in ihren Pfoten.